Wohin also hier wir sind wieder drin und hier jetzt kommt ihr Pimmelpitt wieder an die Böde da haben wir die Medikin oder Weg auf der Lerner schlafen ja jetzt lass mal Penn gehen hier erst mal die Ehefrau ziemlich männliche Ehefrau die Ehe durch die Vorlieben ja er ist die Frau also wenn man so überlegt ihr wieser schon scheiße bei erweitert ja um ach sie steht in der ein Kursi ach wie lustig unser neuer Mietstocker hier der ungenannt 19 98 jungen in der Schilderei Peck oh oh jetzt hab ich dich kaputt gemacht ja ich hab die Angel jetzt hab ich ihn kaputt gemacht oh verzeih und der ist in der Wüste Alter das kann er wohl nicht angehen haha ich hab dich kaputt gemacht ich hab dich kaputt gemacht ich habe dich kaputt gemacht ne wir müssen dann gleich unbedingt mal ins Bettchen gehen ne wieso ist Mittag ja ich weiß ne damit du dein Spann hast hier dein Spanner Ding aber nicht ins erste Bett da pennt schon jemand ah der ist Penningsen Niklas alter Kre-pa Headshot ach ne das warst du Verzeihung ne na ne jetzt kommt hier noch so ein assid von Knochenkopf an ja ich geh mal in meine Wiese ne ui boah beim Schießen leckt der Server ein bisschen aber naja ich will Gammelfleisch Junge gib mir mein Gammelfleisch ich komme aus Bayern ne du kriegst aber trotzdem nur ein halbes Leben also so einen halben Hunger nein zwei Stück ja aber du kriegst du lebst lebst will vergessen die zieht dir eineinhalb Dinge ab da ist mir doch scheißegal ich komme aus Bayern ich kann mit Gammelfleisch umgehen Junge Alter und warum leckt der Ton grad so extremst also ich hab aber nur der Laufhi Ton hier warte wahrscheinlich liegt das an Skip nö ach so bitte jetzt geht doch ja geht geht grad hat der immer so ein bisschen nachgehalten wahrscheinlich also bitte nix schreiben ne weil sonst leckt man äh das immer ich zock eh schon so gut wie es geht auf ey wie laufen denn die Zombies geil die haben einen neuen Laufstil bekommen wieso die laufen jetzt ganz kleine Schritte immer so halt so wie richtige Zombies Zombies laufen würden hallo es gibt gar keine richtigen Zombies Mongo ja pfff mein Opa ist einer ne ne nein 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 das war ein Scherz das war ein Scherz okay oh da steht schon wieder so ein Knochenkorb hier ich müsste jetzt so langsam mit Flammen aufgehen Alter nein nein der steht in der Höhle weißt du und zwar hinter der Ecke weil er grad mein Pfeil gesehen hat ne ich komme jetzt von jetzt ich komme jetzt von jetzt Vorsicht da ist er oh haha boah ich dich boah ey ist das ekelhaft hier der mit seiner Eichel da unten ne Alter mach den anderen Skin rein niemals das hier ist kein FKK Strand Maurice ne ich glaube wir noch niemals am Strand sind doch hier ist Sand ja aber das kein Strand das so eine Miniinsel Trotsdam Alter wie schnell rennst du bitteschön wo bist du jetzt Jungen wobisoo ja wobisoo äh Rat im Wasser rüber zu schwimmen ich muss mal kurz wieder die Insel suchen nach deinem Killerding haha ich bin voll der Kieler ne bin voll der Kielpro hier der Schmuckabini nicht boah Alter Leggi oi Knochen und ich brauche unbedingt was zu fordern äh ich hab hier zwei Schnitzel äh Fische wo ist meine Angel Maurice wo ist meine Angel ich hab ein Eisenschwert und du hast noch nicht gepennt ja Pascal ich komme ich bin hinter dir Junge äh wo bist du äh gar nicht doch und wie haha ich bin vor dem in seiner Zahnlücke auch oder soll das aber sein weil ich dich so selbst antirgends Prozent auch so ich fisch mal dahinten steht das ist der hat ich hab mich getroffen komisch kommt gar keine Angelschnur mehr oh ne falsch boah wann geht der denn jetzt endlich rein da äh ich kriege ich nein das Ding da unten geht nie rein zweideutige Junge richtig zweideutige ich jetzt äh ich ich habe ich will es jetzt vor ein bisschen höher probieren die Krippel explodiert Explosion ob ich die Stufe habt ihr das eigentlich das hat gerade nachgehalten wieder weiß ich gar nicht Moritz auf welcher Stufe haben was also ich hab's auf dem Jahr sie glaub ich ja das geht doch gar nicht wenn er es ja war doch an ist zum Mondo da ist auch gar nichts zu sagen Moritz seine Kugel ich sehe ihn da hinten läuft er ich fisch von hier oben da oben steht übrigens neben der Krufer ne ey ich hab ne Höhle gefunden ich hab ne Höhle gefunden Moritz deine Farm ist nicht immer stimmt funktioniert hier nicht Pascal jetzt komm mal zu mir ja hier kriegst'n Fisch du Fisch oh leeg komm zu mir ja ja Mensch Junge ich muss hier erstmal nein da bin ich nicht da bin ich nicht da bin ich nicht na dann bist du da eben nicht da bist du ich hab eh ne Eisenspitzacke Junge verfolgt nicht ganz unauffällig ich darf mich nicht sehen ja da ist vorhin ein Creeper explodiert warte da pumpe ich mal kurz ab da verfolg du ihn mal alter jetzt hat er sich da noch nicht allen Ernstes reingegraben er hat ne Höhle gefunden er hat ne Höhle gefunden da ist Kohle drin da ist Kohle drin da ist Lava drin und ich weiß nicht was für ne Scheiße fuck Pit musst du dich immer explodieren lassen hier äh sag doch da mal deinen Cousans hier die sollen doch nicht machen kann ich nicht die machen es bei mir auch andauernd boah äh bestimmt irgendwie so ein Sexualtrieb der Creeper oder so ich schleudere meine Spermien von mir weg und in dich reichen ne ne wegen dem Kommentar wird mein Kanal jetzt auf Youtube gesperrt ne ich hab hier nochmal zweiten Kanal ne und hier ist massig Kohle Junge Boris wo bist denn du? ja komm her Junge folg den Fackeln boah leeg warte kurz so boah geht wieder ich hab immer nen Stack hier äh fast 49 50 51 52 53 ui Piz Telefon wahrscheinlich mein Freund wartet mal kurz aha er ist schwul bitte Maschel hei Tim bin grad da in der Aufnahme über die ist Kohle Maurice ich hab auch gemerkt ich hab fucking Gold jein sag ich mal da nur ganz gut ist witzig es gibt ich ja es relativ lustig hier unten warum nicht ja der Hauptsache er rennt irgendwo da oben rum oder so schön tief rein in die Grotte hier ja ich war mal von mir glaube ich ganz tief ja egal auf jeden Fall Alter wo geht's denn da oben lang und so ich komm da ach ich glaub das ist auch der Erste der während der Aufnahme telefoniert yo ja okay hey aber hier ist eine Schlucht hier ist eine Schlucht Pascal unter der Höhle äh unter der Erde könnte vielleicht das Gespräch rausnehmen nö weil wir selbst gesprochen haben dann würden wir uns auch rausschneiden zudem sind Weltpremiere erster Letzt Player der während dem Ding ja ich bin ja da wo bist du denn ja ich komm da grad diesen diese Schlucht entlang mal Alter ich kann nichts mehr fressen hier ey alter ist die Schluchthammer hier ist doch mega geil oder ja Hauptsache ich find erstmal ne Schlucht boah das ist ja äh hier richtig selten bei 1.9 richtig was ist nicht die Schlucht da drin ne Schlucht äh schätzungsweise Wasser Alter jetzt geh doch mal weg du scheiße ey spritzt mir hier ins Gesicht nicht das war jetzt nicht zweideutig gemeint ich versuche hier einmal ernst zu bleiben und was ist hihihi und hier ist irgendwo liegt die Fackel liegt ach ne das ist meine eigene Fackel das liegt aber nicht an mir das liegt diesmal an ihm das erste Mal uhu und hier ist massig Kohle Leute ja hol ich gerade raus ne hier auch hihihi war schon wieder so zweideutig das Raus holen äh da geht's nicht hier seit dir runtergesprungen nö wir sind durch die Höhle reingegangen wir sind in die Höhle reingeflohen ja wir haben hier Flymoor und so also scheiße Singleplayer Command-Samba ahja wir sind die einzigen die da benutzen dürfen ne weil wir Arzt sind ach ne bei Sinter-Arzt aber ich baue grad ein bisschen Kohle ab was sind Aids ne ja wir sind Aids haha englisch ausgesprochen hihihi alter wer ist doch runter gehübt Boris bist du in Wasser rein? ja ok egal gut dann warst du das ich kriege ja immer voll ähm ähm ja hab ich dich geschlagen oh ich hab ne Eisenspielsacke du nicht Junge du nicht ach komm bei du hier die äh mach ich mir alter will wirst du jetzt die Kohle nicht mehr oder wie? ja doch hol ich doch ja gut dann mach wir haben ja so viele wir haben kaum was hier ich hab nur knapp übern Stack knapp über eineinhalb Stack Verzeihung Ui da ist noch Eisen Eisen ich will dich bescheißen ich sammle Eisen wow geil sogar so viel ne jetzt ehrlich hat das wirklich viel aber trotzdem ne schöne Höhle hast du hier gefunden Maurice war? ja wir hätten nur über den Berg gehen müssen ja da wären wir reingefallen zumindest ich bei der einen Aufnahme ich lauf da lang nein scheiße ich bin reingefallen da stehen da unten zwei Skelette ne äh dritte ui da unten geht's noch weiter oah da führt's weiter rein ey boah in den Gebärmuttervorhof boah Microsoft hat grad richtig gelegt bei mir bei mir nur einmal ganz kurz wirklich bei mir hat's einmal richtig gelegt richtig ja bei mir leckt's andauernd jetzt zum Beispiel ja bei mir hat auch grad gelegt wahrscheinlich liegt's an Maurice alles im Obdich klein Maurice so klein bist du nun auch nicht du bist größer als ich äh ey lol ey ich meine vielleicht ist da oben auch noch was aber ey Pascal wo bist du? ich bin hier in so einer kleinen weiterführenden Höhle wo seid ihr überhaupt nicht? ja warte äh bist du beim Haus? ja Moment ich will nur kurz was wegbringen und mir was craften ja wenn du im Haus bist dann geh einfach nach hinten ne ähm dann ist da so ein 4x4 Durchgang dort drin sind wir ne? ja eigentlich schon ihr seid da runter gesprungen weil ich war da nämlich auch drin nein wir sind da nicht runter gesprungen wir sind da reingesprungen ja doch wir sind da runter gesprungen was geil ist da reingefallen hier du bist reingesprungen genau ich bin reingesprungen alter wie lange braucht der um zu sagen dass ich eine Verletzung hab okay jetzt haben wir mal äh boah er wieder mit seinem Pipi man hier äh vor allem nicht ich hab keine Kümmer ja doch ne wenn du dich bückst dann ist sie aber äh quer Maurice ist ne Missgeburt alter ey das musst du mir nicht so sagen das weiß ich selber das war jetzt aber was jetzt aber du ne hey richtig damit hab ich nix am Hut du hast doch gar keinen Hut stimmt ich hab ne Käppi also damit hab ich nix an ne Käppi ne der durchgeht ne fuck was ist oh scheiße ein Skelett hat mich abgeknallt ey ist draußen nachts ne ich sag mal du hast ne Enderpearl alter ich hör dich jetzt weiter total konst komisch Junge du hast ne Enderpearl ja hatte ich aber du kannst auch einfach du kannst auch einfach an so'n Krieg äh Enderman äh vorbeilaufen aber egal ich weiß aber der war ja der das war ja schon tot der war ja schon tot der Typ das ja genau das irgendetwas so ich sammle mal da ne Items ein ne ah ich weiß wer dich abgeschossen hat der kleine Hurensohn guckt hier grad um die Ecke ich müsste auch n Eisenschlett haben und versuch ich brauch Schwein ich brauch Schwein er rennt in die Lava was ist denn dat für n Depp du wer ja dat Skelett hier bauts schön noch einen auf die Glocke gegeben so